Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. In Sachen Filmtiteln bin ich bei Easton ja mittlerweile schon echt einiges gewöhnt. Zur Erinnerung, es gibt einen Film namens Die Todeskralle des Karate-Töters. Aber trotzdem gibt es immer wieder mehr Filme, die mich ein bisschen flashen. Denn beispielsweise habe ich gesehen, dass Eureka einen Film namens Skinny Tiger and Fatty Dragon ankündigt. Das hat einmal kurz meine Aufmerksamkeit bekommen. Und dann las ich den Namen Samo Hung und Karl Marker und habe tatsächlich wahnsinnig flott auf Bestellen geklickt. Noch bevor ich überhaupt die Mappets hier rechts unten gesehen habe. Aber kommen wir zuerst einmal vielleicht zu dem Film an sich. Der heißt ja als alte deutsche Videokassette nur Skinny Tiger. Den Fatty Dragon wollten sie uns da wahrscheinlich ein bisschen vorenthalten. Wahrscheinlich, weil sich irgendjemand gedacht hat, wenn man Skinny Tiger and Fatty Dragon liest, dann glaubt man, das ist irgendwie das neue Menü vom Asiaten ums Eck. Aber tatsächlich ist der Film hierzulande von Laser Paradise auf DVD bereits ausgewertet worden. Unter anderem im Rahmen der Eastern Edition. Und hat dabei den Titel Nutty Kickbox Cops spendiert bekommen. Ein Titel, bei dem mir, ich weiß nicht wieso, bei der reinen Aussprache aus irgendeinem Grund das Frühstück aus dem Gesicht wieder aussehupfen will. Vor allem ist interessant, dass der Film Skinny Tiger, wie er damals eben auf Videokassette noch geheißen hat, als Verleihversion von der FSK ab 18 freigegeben wurde. Bis übrigens zur Listenstreichung nach Zeitablauf im Jahr 2018 auf dem Index für jugendgefährdende Medien stand. Und obwohl die DVD dann ab 16 freigegeben ist, zwar immer noch diese Version enthalten ist, die zwar grundsätzlich an Gewalt umgeschnitten ist, aber über den Film verteilt einfach trotzdem die ein oder andere Einstellung verloren hat. Auf Videokassette hätte es sogar noch eine alternative FSK-16-Fassung als Kaufkassette gegeben, die dann aber wirklich um 8,5 Minuten an Gewalt geschnitten wurde. Und das, obwohl dieser Film übrigens wahnsinnig harmlos ist. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, wenn ich jetzt da die britische Blu-Ray-Version von Eureka vor mir stehen habe, ist die Tatsache, dass angeblich die alte deutsche Synchronfassung des Films, okay, wie man es bei Karl Marker von Mad Mission und natürlich dem immer großartigen Sammo Hung auch erwarten hätte können, absolut großartig und kultig sein sollte da, die ist natürlich auf der britischen Blu-Ray von Eureka nicht drauf. Aber wir schauen jetzt eben einfach einmal hier auf dieses Cover-Artwork, wieder einmal gezeichnet von Wheeling, Scott Wheeling, glaube ich, heißt er mit vollem Namen, bei Darren Wheeling, Verzeihung, fast hätte es da raten, wo wir einige Elemente aus dem Film sehen. Ich finde ja eben, dass Sammo Hung und Karl Marker hier oben absolut großartig gezeichnet wurden, auch wenn es mich ein bisschen stört, dass die Namen und die Charaktere da nicht in derselben Reihenfolge sind, vor allem, weil hier zwei Bilder von Sammo Hung oberhalb vom Namen von Karl Marker sind und hier umgekehrt, außerdem will ich gerade aus irgendeinem Grund permanent Karl Merkert sagen. Aber, was ich auch großartig finde, ist dann, was wir hier unten sehen, nämlich, das wirkt so ein kleines bisschen wie Shaun of the Dead, oder? Die ein bisschen skurril wirkenden Charaktere auf der linken Seite und what the fuck, das sind die Muppets auf der rechten Seite. Oder die Sesamstraße ist es ja eigentlich. Das erinnert mich ein bisschen an diesen dann doch erschreckend unterdurchschnittlichen Film mit Melissa McCarthy mit dem Mordfall in der Sesamstraße. Aber das ist wirklich unverkennbar Sesamstraßen-Stil. Okay, dieser Film wandert heute bereits in meinen Player. Auch absolut großartig gemacht der Spine. Wir wechseln auf das Backcover, das ein bisschen einfacher gestaltet ist, aber halt zumindest, finde ich, hier mit seinem Design den Hintergrund vom Frontcover und vom Spine ganz nett nachgeahmt hat. Wir bekommen dann eben hier auch noch die Information, dass wir eben neben dem kantonesischen Originalton Yes auch einen englischen Dub vorfinden. Ich kann ja an der Stelle tatsächlich nur hoffen, dass der Dub womöglich auch mit dem ähnlich comic-haft aufgezogen ist, wie eben auf der deutsche Dub. Wir haben dann hier die weiteren technischen Details und sonstigen Informationen und können dann einmal auf das eigentliche Keepcase wechseln. Das hat grundsätzlich eben dasselbe Design, das eben hier dann auch der Schuber hat. Auch auf dem Frontcover eben nicht. Da ist ein altes Alternativplakat drauf. Wir sehen zwar, dass grundsätzlich das Motiv sehr schön gezeichnet ist. Man merkt aber, finde ich alleine hier durch diesen weißen Strich, der da durchgeht, dass es schon eine etwas schwächere Vorlage ist und dieses Motiv eben definitiv schon bessere Zeiten gehabt hat beziehungsweise eine wirklich drastische Farb- und Kontrastkorrektur vertragen hätte. Aber es ist trotzdem ein wirklich schönes, buntes und farbenfrohes Cover-Artwork, das ich hier auf dem Keepcase wirklich wahnsinnig gerne sehe. Wechseln wir dann einmal ins Innere. Da bekommen wir einerseits, hey, das ist ein Shintaro Cargo-Style-Cover quasi, auf dem Buckel, aber offensichtlich ebenfalls von Darren Wheeling gezeichnet. Das passt auf jeden Fall vom Stil her irgendwie ganz gut dazu. Aber das ist eindeutig Shintaro Cargo. Wahnsinnig, wahnsinnig cool. Dann haben wir eben hier, schauen wir zuerst einmal vielleicht auf das Wende-Cover. Genau, das ist das alte Original-Hongkong-Plakatmotiv zu dem Film. Das wird natürlich niemanden überraschen. Das hat auch schon einige DVDs gesehen. Damals natürlich keine britischen Lichtspielhäuser, weil nach dem, was sie damals mit den ganzen Nunchaku-Szenen gemacht haben, da hätte man ebenfalls wirklich viel zensieren müssen. Aber das muss man heutzutage glücklicherweise nicht mehr. So musste man die Inhalte von der Bonus-Disk offensichtlich nicht einmal mehr bei der BBFC zur Prüfung einreichen. Ist aber auch ein sehr schön gemachtes Disk-Design. Und dann hier natürlich der Film, auch das mit sehr schönen Design-Elementen. Tatsächlich vom Front-Cover-Artwork hier vom Limited Edition Schuber übernommen. Aber das Ganze wirklich wenig penetrant, weil sehr schön, wie hier gearbeitet wurde, damit das Ganze eben wirklich vor allem die kleineren Design-Elemente dann in den Vordergrund rückt, dass es eben nicht nach einfachem und billigem Material-Recycling ausschaut. Wunderschön gemacht von Eureka. Ihr könnt dann einmal auf das Booklet blättern. Das hat natürlich einige Bilder aus dem Film mit an Bord. Dazu ein paar Texte über den Film, beziehungsweise natürlich nehme ich an in erster Linie über Samo Hung und Karl Macker, die in dem Film zu sehen sind. Und dabei, finde ich, ist das Ganze auch wirklich cool gemacht. Ich freue mich echt riesig auf den Film. Werd mir den bald einmal anschauen. Finden hier dann zum Beispiel Eure Fuck Nutty Kickbox Cops. Gibt es dann tatsächlich auch als internationales, englisches Exportplakat. Das ist eben der Titel von der Laser Paradise VU. Da wollte man offensichtlich Police Story nachahmen, beziehungsweise eben hier das thailändische Plakatmotiv, das dann eben für das Wendekover von diesem Keepcase verwendet wurde. Sogar tatsächlich das alte deutsche Plakat ist hier mit dabei. Und oh, tatsächlich ist es der Shintaro Cargo Style, beziehungsweise natürlich das alte Hong Kong Total Recall Poster. Das hätte ich natürlich auch schneller erkennen können. Aber finde ich absolut genial, dass eben Eureka auch diese Querverbindungen und Hinweise hier noch mit drauf hat. Sehr schön gemacht. Auch noch ein paar private Fotos, Behind-the-Scenes-Fotos und so weiter. Das finde ich absolut genial. Eureka macht da wirklich eine absolut großartige Arbeit, wie eben auch Arrow oder 88 Films bei den asiatischen Streifen. Das ist definitiv ein Release gewesen, den ich nicht an mir vorbeigehen lassen konnte. Da ist alleine schon einmal das Design absolut genial. Und auf den Film freue ich mich sowieso auch riesig. Das ist perfekt. Bis zum nächsten Mal. Das isthole St. Das ist alles. Sonst geht auf dem Film. DIN, DIN, DIN. DIN, DIN. Untertitelung des ZDF, 2020